Aufklangeln, aufklangeln! 3 Beepfels von Galatasaray, Istanbul. Das ist ein Freundschaftsspiel und das soll auch so bleiben. Das Betriebsmessler ist strengstens verboten und wird strafrechtlich verfolgt. Wir haben natürlich mit einem Stadionverbot gehandelt. Bitte seien Sie so vernünftig und bleiben Sie in Ihrem Block. Vielleicht ist es ein Stadionverbot der 19. Heuteיקht El freakin ist ja ein Stadionverbot, ist er auch schon drin. Und wahrscheinlichmals wäre esropol Cold 4 Loser.